Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen? Wie fühlt es sich an, durch die eigene Schöpfung umzukommen?